Hallo liebe Schüler, ich muss heute ein Stück üben, die Warschauer Mazzocca. Ich spiele ganz langsam. Ganz richtig. Okay, was ist los? Nochmal. Na gut, nochmal. Oh, geht schon besser. Okay, nochmal. Na gut, nochmal. Oh, super, geht besser. Geht besser. Geht besser. Oh ja, ich glaube, öfter spielen ist gut beim Üben, war besser. Tschüss Schüler, bis morgen. Tschüss. Vielen Dank.